Wir schreiben den 4.6.2011. Ich befinde mich hier an der Fachhochschule Darmstadt am Campus Dieburg. Mein Name ist Laura Bernschein. Ich beschäftige mich mit dem Thema paranormale Objekttheorie. Das Experiment startet jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Sind Sie es? Sie nicht die Expertin in der angewandten Geisterwissenschaft? 30 Jahre. Eine lange Zeit. Es gab da mal einen Brand. Soweit ich weiß. Damals starben 53 Studenten. Was geschah dann? Seitdem verschwinden jedes Jahr Studenten an dem Tag des Brandes. Und wann ist dieser Tag? Heute. Tag des Mundessera? Tag des Mundessera? Da��면 seront? Là Saat des Mundessera? Tag des Mundessera? Tag des Mundessera? Tag des Mundessera? Untertitelung des ZDF, 2020